Das Herzecho ist ein Ultraschallverfahren. Das heißt, der Patient liegt für die Untersuchung auf einer Liege und wird schmerzfrei durch ein Gerät untersucht, das ich von außen an ihn heranführe, um in der Tiefe das Organ Herz in diesem Fall zu untersuchen, um die Herzschlagkraft, die Bewegung, die Herzklappenfunktion und die entsprechenden Größen der Herzkammern zu beurteilen. Dieses Verfahren ist schmerzfrei und kann auch um weitere Verfahren wie Stress, Echokardiografie oder eine ösophageale Echokardiografie erweitert werden.